schön dass du oder ihr eingeschaltet habt heute mal ein anderes video von mir zum thema depression psychische erkrankung ist mal wieder ein bisschen her dass ich darüber ein video gemacht habe beziehungsweise dass ich darüber gequatscht habe viel los bei mir arbeitsbedingt privat das ein oder andere heute mal ein ganz spezielles video weil ich mir schon länger immer gedacht habe und gewünscht habe es muss ja irgendwie möglich sein auch wenn ich als relativ unbekannte person da nicht so den extrem großen einfluss darauf habe muss es ja trotzdem irgendwie möglich sein dass man die leute ein bisschen dazu bringt nachzudenken dieses tabuthema psychische erkrankungen in der gesellschaft weiter versucht aufzubrechen und wenn nur eine person drüber nachdenkt oder sich mehr damit beschäftigt ein bisschen empathischer wird vielleicht gegenüber leuten aus seinem aus ihrem freundeskreis dann ist es ja eigentlich schon gewinn und ich habe schon länger mit meinem kopf so ein bisschen die idee gehabt mit jemand einfach mal drüber zu quatschen jemanden der keinerlei erfahrung hat was psychische erkrankung angeht sich aber trotzdem dafür interessiert und das ist halt dann der punkt wo es dann wieder schwer wird solche leute zu finden weil oft die leute mit mit erfahrungen was psychische erkrankung angeht kennen sich da ja aus oft ist es halt so dass die leute mit dem mehr mit ignoranz unverständnis oder ja komischen reaktionen kommen und das ganze eher abblocken weil es ist ja was unbekanntes es ist etwas was der mensch nicht greifen kann was der mensch sich nicht erklären kann das ist kein gebrochenes bein das ist keine blutung wie 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 soll man das verstehen deswegen gibt es das ja nicht und da leute zu finden ist halt ist halt für mich jedenfalls ist so die erfahrung halt auch nicht so einfach ich habe ganz wenige freundes oder familienkreis die dafür so offen sind dass man wirklich ernsthaft mit ihnen darüber reden könnte dass man da wirklich das erklären könnte weil viele kommen halt immer mit mit irgendwelchen standard kommentaren und heute habe ich halt jemanden äh praktisch eingeladen beziehungsweise hat sich jemand freiwillig ähm dazu bereit erklärt ähm sich darüber zu informieren die liebe Sharon die liebe Feifei ähm wollte einfach mal sich mit dem thema auseinandersetzen mal mir ein paar fragen stellen und ein bisschen meine gedanken oder ähm meine erfahrungen hören und sich da was das thema angeht bisschen weiter bilden oder informieren kannst du einmal kurz hallo sagen Feifei hallo und das ist für mich natürlich ja eine chance die ich gerne nutzen möchte jemand einfach zu haben der wirklich wissbegierig ist was das thema angeht und äh auch sich selber dort äh seinen horizont erweitern will und vielleicht wirkt das halt nach außen so und bringt den ein oder anderen menschen zum nachdenken der vielleicht die gleichen fragen hätte oder hat und dann schon mal ein paar antworten darüber hört und vielleicht gibt es halt auch betroffenen ein bisschen mut dass es halt doch leute gibt die sich mit dem thema auseinandersetzen wollen und wo man mit dem wirklich auch drüber reden kann wir haben vorhin schon noch so ein bisschen drüber geredet ähm ich hoffe oder ich denke mal Feifei dass du viele oder einige fragen hast einige sachen die dich interessieren ich habe dir versprochen das wird ein absoluter real talk es wird absolut ähm die die nackte wahrheit ich werde da äh sofern es gesetzliche grenzen erlauben kein ähm blatt vor mund nehmen und ähm ja werde ehrlich alles beantworten und ein bisschen aus dem nähkästchen plaudern okay also die erste frage die ich mir stelle wie äußert sich dein krankheitsbild weil ich weiß es gibt ja mehrere arten von depression wie sieht dein krankheitsbild aus ja wie wie sagen ähm ich habe doch schon im laufe der letzten jahre mitbekommen dass ich mit druck situation anders umgehe ich merke ich habe auf arbeit gemerkt dass ähm also ich habe mich was das angeht verändert beim zocken auf arbeit es gibt immer wieder situationen wo ich ins straucheln kommen wo der druck mir nicht zu viel wird also in dem sinne viele leute denken ja zu viel dass ich dann irgendwo nervenzusammenbruch kriege oder sonst irgendwas aber ich komme halt ins straucheln ich merke dass ich unsicherer werde ich merke dass äh mein körper reagiert ähm ich weiß dass ich ähm manchen tagen halt ist eins der ähm offensichtlichsten symptome wenn man wie ich an depression leidet ist dass man einfach ja nicht aus dem bett kommt und das auch habe ich auch eine zeit lang tagelang und das mag sich der eine oder andere vielleicht nicht vorstellen können aber es ist wirklich so dass du äh entweder lache ich im bett oder war auf einmal durch gedanken durch irgendwas was mich wieder beschäftigt hat ähm so so aufgewühlt so beschäftigt so so unruhig dass ich mich dann wieder hingelegt habe und versucht habe zu schlafen weil die der schlaf einfach es ist einfach der der moment man man für den moment ist einfach ruhe es ist einfach frieden keiner 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 belästigt ein man muss man muss nicht irgendwo irgendwelche unangenehmen fragen beantworten sich nicht irgendwelchen druck aussetzen und deswegen hat man einfach diesen frieden diese ruhe und da gab es wirklich halt tage wo ich dann vom bett zur toilette ins bett und abends vielleicht kurz am computer aber dann auch wieder geplant und das sind so die deutlichsten sachen wie sich das bei mir geäußert hat weil ich einfach gemerkt habe dass mir gewisse situationen so stark unangenehm waren dass ich dass sie mich sehr unter druck gesetzt haben und ich ihnen aus dem weg gegangen bin und das kann halt alles mögliche sein das würde ich so damit beschreiben wie sich das bei mir am weitesten geäußert hat ich habe wirklich keine kraft ich war ich hatte keine energie kein als als hätte mich als hätte mich irgendwas festgehalten und und nicht freigelassen ich habe was für uns gamer immer sehr cool ist ich habe damals mal so etwas schönes gefunden im internet das wird hier sehr gut zu passen ich muss mal einmal schnell gucken hier sehr geil hör mal zu fehl als ich so 15 war hatte ich so eine super nintendo hatte ich so einen super nintendo und da gab es ein computerspiel super mario kart das war so eins meiner lieblingsspiele ganz lange und da gab es da gab es dieses eine ding da kommt so eine kleine schwarze wolke über dich und die bleibt dann halt so über deinem auto und du kannst einfach nicht ausweichen die regnet dann auf dich runter du wirst ganz klein und die anderen können dich einfach überfahren und im wahrsten sinne des wortes platt machen und das ist für mich genau das bild was mit einem passiert wenn man in einer depression steckt das war so ein spruch den ich damals mal im internet gefunden habe den ich einfach so passend fand weil es erstmal bin ich ein zocker bin ich ein gamer und dann beschreibt es für mich genau das was mit dir oder was mit mir passiert ist als ich in meiner depression steckte weil ich habe wirklich jeden kram auch geglaubt jeden kram auch akzeptiert jede schuldzuweisung alles was mir vorgeworfen wurde es hat mich klein gemacht ich hatte ich hatte geringes selbstbewusstsein geringer als jetzt ich wurde klein ich wurde angreifbar was in der heutigen gesellschaft echt ein problem ist weil heutzutage kommt dann halt keiner und fragt dich was du hast und 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 bietet dir seine hilfe an und fragt wieso und weshalb sondern wenn die leute sehen dass dort jemand ist der angreifbar ist dann nehmen die dich als opfer und 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 ja laden auf dir ihren emotionalen privaten beruflichen mist ab und das hat mich auch wahrsten sinne des wortes platt gemacht und dann habe ich mich verkrochen eine ganze zeit lang habe ich mich hier in meiner wohnung verkrochen bin ich rausgegangen habe es gab wirklich nicht viele gibt bestimmt bei manchen menschen mehr tage wo sie wirklich den der außenwelt aus dem weg gehen aber ich hatte auch zage wo ich nicht raus wollte weil ich einfach ich hatte keinen bock auf irgendwelche menschen wie hast du denn festgestellt dass du an depression leidest bist du zum arzt gegangen und hast gesagt hören sie mal ich habe dieses und jenes problem oder dieses und jenes ist passiert bin ich irgendwie krank oder wie 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 hast du das festgestellt dass du an depression leidest tatsächlich festgestellt ist ein schwieriger ausdruck weil ich glaube dass oder ich ich lehne mich da jetzt einfach mal aus dem fenster dass kein mensch der an depression leidet den genauen zeitpunkt weiß also zu 100 prozent natürlich gibt es welche die die haben erleiden depression durch schicksalsschläge dann kannst du ziemlich genau bestimmen wann ging es bei mir nicht mehr aber bei mir war es eher so ein schleichender prozess durch es war jetzt nicht ein auslöser so knall peng sondern es waren mehrere auslöser über die jahre hinweg und irgendwann habe ich einfach gemerkt ich kann nicht mehr das war damals zu der zu der ausbildungszeit zum bankkaufmann wo ich wo mir einfach alles zu viel wurde wo der gedanke mich schon belastet hat aufzustehen und mich dem ganzen wieder entgegen zu stellen und oft ist es ja so dieses da gibt es auch wunderschöne bilder zu im internet einfach so diese diese maske oder dieses kostüm wieder anzuziehen um nach außen hin akzeptiert zu werden aber innerlich kaputt zu gehen und ich konnte das einfach nicht mehr ich konnte diese rolle nicht mehr spielen da wusste ich oder da habe ich gemerkt also man war krank ich habe mich krank schreiben lassen in der ausbildung und es war halt nicht einfach nur eine krankheit ich habe einfach gemerkt erstmal war es befreiend diesen druck nicht mehr zu haben in diesem kurzen zeitraum der krankschreibung dass du weißt du hast jetzt erstmal ein paar tage ruhe du musst du musst dich nicht mit irgendwelchen kindergarten auseinandersetzen du musst dich nicht für deine fehler rechtfertigen du musst nicht versuchen irgendwelche erwartungen zu erfüllen du bist von dem ganzen erstmal befreit und das hat sich dann immer weitergezogen ich ja wie soll ich es erklären ich habe dann ja mich weiter krank schreiben lassen ich habe einfach gemerkt dass das funktioniert das geht nicht und irgendwann kam ich halt an den punkt und das ist ein ein sehr sehr wichtiger und sehr sehr schwieriger punkt auch wo ich halt mir einen therapeuten gesucht habe weil ich wusste es ist halt mehr als nur ein tief oder eine erkältung oder eine bronchitis oder was auch immer es ist halt da stimmt was mit meinem geist nicht mit meinem inneren und nicht nur mein körper an sich wann aber sich das bei mir komplett also das erste mal eingeschlichen hat könnte ich nicht sagen ich könnte nur rätsel raten mit welchen problemen ich mich dauerhaft schon auseinander gesetzt habe wo es eventuell irgendwann schon angefangen hat also ich bin der überzeugung dass es weitaus vorher schon war und sich immer weiter reingeschlichen hat bis die depression den kampf gegen meine kraft gewonnen hat ok also du bist direkt zum therapeuten und nicht erst zu deinem normalen hausarzt wenn ich das jetzt richtig verstanden habe tatsächlich bin ich erst zu meinem hausarzt auch eine weile es hat für mich auch eine zeitlang gebraucht bis ich bis ich den weg zu einem therapeuten gesucht habe zum glück habe ich einen sehr verständnisvollen hausarzt und da können die ein oder anderen gerne immer so ein bisschen behaupten ja das ist so dieser es gibt halt diese 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 einfachen hausärzte die da braucht man ja nur hingehen und kriegt immer einen krankenschein und so weiter bei meinen hausärzten weiß ich aber die würden das jetzt nicht machen wenn sie nicht der festen überzeugung sind dass das dem geistigen oder körperlichen wohl ihres patienten gut tut mein mein hausarzt hat sicherlich gesehen dass mit mir was nicht stimmt und dass ich abstand brauche dass ich erstmal ruhe brauche und hat auch zu mir gesagt dass wenn das halt nicht funktioniert oder wenn das nicht irgendwann dann mit der zeit besser wird dass ich dann anfangen also man therapeuten suchen sollte ich hatte auch von ihm die empfehlung gekriegt da den aufzusuchen den verhaltenstherapeut für die die zeit nicht wissen es gibt halt einen verhaltenstherapeuten und es gibt psychotherapeuten der verhaltenstherapeut ist halt der der mit dir versucht eigentlich größtenteils nicht medikamentös ohne medikamente mit gewissen übungen oder mit gewissen erörterungen erläuterung versucht er dir neue herangehensweisen und verschiedene blickwinkel zu zeigen der psychotherapeut ist glaube ich das was die meisten immer im kopf haben wenn sie daran denken therapeut dass er dass du dort auf der couch liegst und dass du dann ja auch medikamente christ bewusstseinsauffälle oder stimmungsauffälle die sicherlich auch bei den ein oder anderen anschlagen und helfen aber jeder muss hat für sich selber entscheiden was ist da der richtige weg für ihn bei dem einen es ist auch medikamentös gut und hilft bei dem anderen halt eher weniger und ich war von vornherein eigentlich auch der überzeugung ich möchte meine probleme und meine erkrankheit meine erkrankung nicht mit irgendwelchen medikamenten in griff kriegen beziehungsweise stillen sondern da ich ein extremer kopf mensch bin und sehr viel nachdenke und und mich mit vielen sachen beschäftige wollte ich halt auch das ganze verstehen und verarbeiten also bist du denn zum therapeuten und hast denn mit ihm einfach nur darüber geredet wie es dir im moment geht oder schon seit der zeit geht wo du dich immer krank schreiben lassen hast und oder wie muss ich mir das vorstellen also ich war noch nie beim therapeuten ärzte meide ich so gut wie es geht außer ich bin wirklich krank mich interessiert einfach auch dieser prozess wie man das feststellt wie reagieren freunde wie reagieren familie und wie verarbeitet man das auch selber wenn man die diagnose kriegt man hat depression weil wie du schon sagt ist in der gesellschaft heute ist sowas ja nicht gerade gern gesehen oder wird mit komischen augen beäugt wenn man sagt man hat sowas und ich finde das ehrlich gesagt schade weil es ist ein krankheitswert und man kann bestimmt den ein oder anderen menschen da auch ich möchte nicht sagen helfen aber verständnisvoller gegenüber treten wenn er jetzt mal sage ich mal keine lust hat einen kaffee trinken zu gehen weil er gerade eine down phase oder so hat oder ihn zu irgendwas gerade zwingen was er nicht möchte verstehst du was ich mein ja absolut womit soll ich anfangen ja dann fang doch einfach damit an wie bist du mit der diagnose im ersten umgegangen also als es gesagt worden als es ausgesprochen ist und dir gesagt worden ist dass du an depression leidet wie bist du mit der diagnose umgegangen ich glaube es war mir schon länger bewusstheit oder mit der zeit mehr weißt du ja selber wenn du nicht halbwegs blöd bist da stimmt irgendwas nicht mit dir ist für mich als als kopf mensch ist es eher eine art befreiung dass man dann einfach weiß was nicht stimmt natürlich weiß man dass man dass man sich verändert hat dass man irgendwo probleme hat dass man an irgendwas erkrankt ist aber man man ich selber wusste was ich wusste dann was es ist und ich wusste ich wusste somit sag ich mal schon mal die ersten wege was in welche richtung geht es und was muss ich was muss ich tun damit es mir vielleicht besser geht was was kann ich tun damit es mir besser geht und der therapeut damals hat mir dann das mit dem therapeuten ist ein schwieriges thema die leute denken immer ja man geht zum therapeuten und nach keine ahnung einem halben jahr pump ist wieder alles super man kann freude strahlen durch die welt laufen erst mal ist es immer ein hartes thema passenden therapeuten zu finden denn a ist die psychotherapeutische abdeckung oder versorgung ist halt einfach ein witz einen psychotherapeuten oder überhaupten therapeuten zu finden der noch der noch erkrankte person aufnimmt das ist auch schon schwer heutzutage dann auch natürlich in der umgebung von einem dass man nicht einen halben tag fahren muss und so weiter für mich mit mit ohne kfz natürlich nochmal auch ein thema und das muss man sich auch vor augen führen es gibt natürlich auch leute die kein auto haben die nicht das geld haben für dies oder das und das macht es einen noch schwerer aber der punkt allein therapeut man muss sich ja auch überlegen wieso ist es heutzutage so schwer freunde zu finden oder vertrauens personen zu haben und dann soll man zu einem therapeuten gehen und gleich best friend sein oder er soll einfach sofort wissen wie er dir weiterhelfen kann und bumms geht es dir besser das funktioniert nicht ist es halt sehr schwer was was zu finden was einem wirklich hilft und da gibt es viele das weiß ich einfach weil ich halt auch mich dann erst durch die erkrankung vorher nicht vorher war ich ein teil der gesellschaft leider gottes aber mit der erkrankung habe ich mich dann auch mehr mit dem thema auseinandergesetzt und habe auch über soziale netzwerke von mehreren leuten hat gehört dass sie halt auch erst im dritten anlauf beim dritten therapeuten jemanden gefunden haben mit dem sie harmoniert haben und das ist sehr sehr wichtig um natürlich über private sachen zu reden und auch um zu vertrauen denn dieses thema vertrauen ist oft so ein thema dass das vertrauen bei den meisten leuten natürlich komplett kaputt ist durch die gesellschaft heutzutage war natürlich erst recht auch bei leuten mit psychischen erkrankungen weil sie halt heutzutage gegen windmühlen rennen und gegen vorurteile und sonst irgendwo was und auch niemanden einfach vertrauen können und da war es dann halt auch schwer in den therapeuten zu finden und den therapeuten den ich dann hatte mit dem wie du merkst kann ich offen kommunizieren kann ich offen über die sachen reden ich hatte immer so das problem dass ich halt niemanden hatte der zugehört hat der mir da das der mir auch die worte geglaubt hat die ich so aus meinem mund raus gelassen habe und der therapeut den ich hatte der hat sich dann auch angehört sag ich mal was mich belastet was mich in diese situation oder in gewisse zustände gebracht hat und hat dann halt daraufhin versucht durch fragestellungen und durch gespräche hat er versucht mich selber dazu zu führen dass ich dass ich erkenne und verstehe dass manche reaktionen von mir unnötig oder übertrieben sind weil sich weil manche sachen kann man halt einfach gar nicht ändern und mit manchen sachen kann man ganz anders umgehen und solche geschichten nachher haben mir doch schon weitergeholfen auch sachen besser zu verarbeiten oder halt wie gesagt mit sachen besser umzugehen okay und wie hat bist du gleich auf deine familie zugegangen hast gesagt hey leute ich habe depression oder wie bist du damit umgegangen und an deine familie herangetreten weil ich stelle mir das ziemlich schwer vor zu menschen zu gehen die mich ein leben lang kennen und dann zu sagen hör zu es gibt phasen in meinem leben und ich war jetzt beim therapeuten und dieses und jenes und habe eben depressionen wie sie haben da deine eltern deine familie deine freunde darauf reagiert oder wie bist du zu denen angetreten oder auf die zu gegangen und hast es ihnen erklärt also meine familie ist es so dass ich mit meiner mom so ein bisschen so eine art nachrichten verteiler habe ich weiß nicht ob das in anderen familien ähnlich ist erstmals meine mom ist so die typische mom wenn es um ihre kinder geht sie macht sich immer sorgen sie macht sich auch immer gedanken und merkt wenn es einem schlecht geht und meine mom war auch mit einer der wenigen personen die immer zu mir gehalten haben weil es mir als schlecht dagegen und sie hat schon gemerkt dass halt dass das jetzt mal nicht so ein irgendeine typische kein bock phase ist die ich vielleicht irgendwo mit 16 hatte oder irgendwas sondern dass das halt irgendwas ernstes ist und dann habe ich auch durch meine gefühle durch meine reaktion und durch gewisse gespräche halt auch ihr dann ja gezeigt und gesagt worum es geht der rest von meiner familie ist es immer so ein bisschen schwer weil dort gibt es halt ein paar die halt da auch unverständlich darauf reagiert haben hat auch was mit dem alter zu tun dass sie aus einer ganz anderen gesellschaft oder ganz andere zeit kommen das würde ich auch niemanden irgendwo jetzt negativ an kreiden oder irgendwie ja wie soll ich sagen also mit manchen habe ich einfach ich wollte jetzt auch nicht jedem ich bin ich wollte damit jetzt auch nicht hausieren gehen ich wollte das nicht jeden irgendwo hey du hier ich bin an depressionen erkrankt weil a wollte ich halt auch verhindern dass ich halt irgendwelche blöden kommentare krieg oder irgendwelche sprüche wie halt was depressionen kommen bereist ich mal zusammen und so weiter oder mir ging es auch schon mal schlecht so diese diese standard kommentare die man dann immer kriegt und deswegen habe ich jetzt auch nicht an die große glocke gehängt aber ich weiß ich bin mir so ziemlich sicher dass dass das wie so in der familie ist wie so eine verwandtschaft ist dass ich das weitestgehend rumgesprochen hat und mit der zeit und das ist halt immer so dieses seltsame und dieses traurige mit der zeit wenn es dem ein oder anderen selber mal nicht gut ging oder er selber durch eine harte zeit gegangen ist die leute das immer mehr verstehen konnten nur das traurige an der ganzen geschichte ist halt dass die leute immer erst auf die schnauze fallen müssen bis sie selber auf die gedanken kommen und auf die idee kommen dass da vielleicht was dran ist dass das nicht alles nur quatsch ist was was mich auch was denke ich mal auch durch die medien ziemlich oft breit getreten wird ist dass depressive menschen ziemlich oft auch selbstmord oder morbide gedanken über sich selber haben war das bei dir auch so oder ist das total der bullshit oder von den medien hoch gepusht also grundsätzlich erstmal kann ich jedem draußen nur empfehlen den fernseher auszulassen und keine zeitungen zu lesen was nicht bedeutet lesen ist unwichtig sondern man sich eher ein buch zu schnappen anstatt irgendeine bild zeitung weil da zu 99 prozent oder zu 95 prozent nur schrott drin vorkommt und die leute versucht werden in irgendeine richtung zu lenken was die depression angeht ich habe vorhin schon gesagt dass ich bevor ich erkrankt war wo ich immer noch ein teil dieses dieses korrupten und verrückten systems war habe ich mir habe ich mich mit sowas nicht beschäftigt über sowas keine gedanken macht und nachher als es dann soweit war habe ich mich immer mehr damit auseinander gesetzt und dann kommen immer mal wieder sachen zwischendurch wie ein robert enkel der selbstmord praktiziert oder bei uns hier in der kleinstadt jemand der auch selbstmord gemacht hat gab es jetzt schon mehrere fälle wo man sich dann automatisch mehr damit auseinander setzt weil ich finde die erkrankung und der prozess durch den ich durch bin hat mich zu einem besseren menschen gemacht weil ich mehr über sachen nachdenke und viel mehr sachen hinterfrage wieso ist etwas passiert wieso reagiert ein mensch so ich hatte tatsächlich keine ernsthaften selbstmordgedanken ich habe mich damit mal auseinander gesetzt also ich habe mich überhaupt damit auseinander gesetzt aber mehr aus dem aus der sicht wieso machen das leute was was erhoffen sie sich davon was ist der punkt wann leute denken dass es der einzige ausweg und das ist ja oft der größte trugschluss für erkrankte leute dass sie denken ja dass sie denken sie haben keine kraft mehr dass sie denken es geht nicht weiter das wäre der einzige ausweg dass sie diesen ganzen müll glauben den viele leute ihnen oft dann versuchen einzureden sie wären an dies schuld oder irgendwas ich habe nie ein suizid versucht ich war überfordert ich habe tage wirklich gehabt da hätte ich mir am liebsten irgendeinen cocktail gemischt und und keine ahnung aber ich habe bei mir ist es halt immer so ich habe immer ein punkt ein leuchtenden stern und der hat der würde mich aus jeder aus jeder situation reißen weil ich immer nur mein sohn im ab ich würde es nicht verkraften oder ich würde es nicht ich würde mich selber dafür schämen wenn mein sohn aufwächst und irgendwann erfährt dass sein vater selbstmord gemacht hat nicht schämen für den selbstmord sondern dass ich nicht versucht habe für ihn stark zu sein und den gedanken habe ich trage ich immer in mir und deswegen habe ich mich nie so ernsthaft mit diesem mit mit dem thema selbstmord was jetzt bei mir selber auseinander gesetzt dass ich selber auf die gedanken gekommen wäre ja jetzt springst du mal hier runter oder oder machst sonst was man wenn man ein bisschen die scheuklappen wegnimmt erlebt man oder hört man doch mehr als man denkt in seinem umfeld dass es passiert dass solche dass es leute gibt die darin ihren einzigen ausweg sehen aber man sollte doch eher versuchen anders als die heutige gesellschaft zu sein damit es irgendwann wieder in die richtige richtung geht denn heutzutage geht es absolut in die falsche richtung anstatt solche leute dann anzusprechen ob fremd oder bekannt völlig scheißegal dass man einfach mal sagt hey alles okay bei dir oder wie geht es dir keine ahnung das ist das was hilft und irgendwo mit irgendwelchen blicken verurteilen oder meiden das hilft nicht das bringt nur das gegenteil ja also du hast mich auf jeden fall jetzt schon mit deinen fragen sehr zum nachdenken gebracht über das krankheitsbild und menschen die sowas haben medikamente sind ja nicht so dein thema oder wolltest du auch das ist aus eigener kraft schaffen hat dir dein therapeut medikamente mal angeboten oder hast oder wolltest du das gar nicht erst probieren weil man hört ja auch von manchen medikamenten dass die ein noch mehr runter ziehen oder so auffällen dass das denn komplett übertrieben ist und man also ja ich weiß ich die frage richtig ausdrücken soll also mein therapeut hat mir wie gesagt dadurch dass es halt so ein verhaltenstherapeut war jetzt keine medikamente angeboten oder verschreiben wollen deswegen deswegen so die die unterscheidung zwischen verhaltenstherapeut und psychotherapeut leider gottes ist es glaube ich doch am ende besser zu einem psychotherapeuten zu gehen weil ein verhaltenstherapeut jetzt gefühlt also bei mir ist das halt das problem ich war nie beim psychotherapeuten ich kenne halt nur die die sicht aus dem bereich eines verhaltenstherapeuten verhaltenstherapeuten und ich glaube um halt irgendwie ich weiß nicht ob das letztens erst gerade war wurde mir gesagt ein verhaltenstherapeut gibt am ende eine empfehlung aus und ein psychotherapeut erstellt wirklich eine diagnose für mich hat es gereicht dass mir der verhaltenstherapeut gesagt hat dass ich unter einer mittelschweren depression leide ich habe ihm ja geglaubt oder ich würde ihm ja glauben weil das ist jemand der hat dafür studiert denke ich jetzt mal und der sagt das jetzt nicht einfach so es ist halt schlimm aber das ist halt auch wieder die gesellschaft und die welt heutzutage dass man dann extra noch mal zu einem psychotherapeuten müsste dass die leute einem das abkaufen glauben medikamente habe ich wie gesagt dann keine gekriegt ich weiß aus eigener erfahrung weil ich habe mir mal auch einfach tabletten verabschreiben lassen einfach um besser einzuschlafen beruhigungsmittel jetzt natürlich war ich nie selbst mordgefährdet dass mein arzt gedacht hat okay der dem kannst du nicht mehr als eine tablette in der hand drücken deswegen war das kein problem und es war halt auch nur damit ich halt besser einschlafen kann weil ich halt wirklich tage und hatte wo ich gar nichts gar nicht ins bett kam wo ich gar nicht müde wurde und und dadurch hat sich mein schlafrhythmus so dermaßen verschoben dass es halt auch wieder nicht gesund war sag ich jetzt mal zu wenig schlaf und wenn dann nur irgendwo zu den komischsten zeiten aber auch die zeiten hatte ich und auch die durch die zeiten bin ich durch ich habe immer noch rückfälle und habe immer noch momente wo wieder das nächste problem auftritt und wieder das nächste problem auftritt und wieder das nächste und so weiter wie es halt heutzutage ist aber ich bin im ganzen daran gewachsen und weiß damit besser umzugehen aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem bin ich ein mensch mit depression es gibt es gibt so beispiele da wird das ein bisschen damit verglichen wie mit zum schwarzen hund ich glaube da gibt es auch ein buch drüber den man immer bei sich trägt ich bin der überzeugung dass wenn du wirklich an depressionen leidest und durch diese durch diesen kompletten zyklus und durch diese komplette erfahrung durch muss dass dich das ein leben lang begleitet dass es immer ein teil von dir sein wird was nicht unbedingt negativ sein muss und das müssen die leute halt auch verstehen man muss nicht angst haben vor dem unbekannten und man muss nicht angst haben vor dem was anders ist aber die gesellschaft heutzutage ist halt einfach so dass sie das fertige produkt will sie will das endergebnis sie möchte nicht das schwierige du weißt sie die die meisten leute wollen immer den den weg des geringsten widerstandes und somit werden solche leute die eventuell mehr arbeit und aufwand erfordern werden gemieden und werden ignoriert und das ist halt das traurige heutzutage ich glaube dass man sagt ja so es gibt so viele sprüche und bilder die einfach immer wieder auch genau das schildern und man sagt ja auch immer so dass in jedem wrack ein schatz lungert es lohnt sich mit sich mit den leuten auseinanderzusetzen es lohnt sich den leuten zuzuhören was sie erlebt haben wie sie sachen sehen das kann ja nur bereichernd sein das was ich ja gerade oder was wir beide hier gerade so versuchen es kann einem ja nur selber helfen besser verständnisvoller zu werden und auch in manchen situationen besser mit irgendwas umzugehen wo man vorher vielleicht ja blöd reagiert hätte ich finde es echt nett dass du na nicht nett nett kann man nicht sagen ich finde du hast einen großen respekt also ich habe einen großen respekt vor mir so eher dass du so offen mit mir darüber redest ich habe auch echt viele punkte zum nachdenken gefunden und werde sicherlich wenn das wenn noch mal fragen auftreten auf dich zukommen oder wenn bei mir fragen auftreten noch mal auf dich zukommen wenn ich darf jederzeit und also wenn ich kurz die zeit nutzen kann ich würde mir auch wünschen dass zumindest was das thema depression und so weiter angeht mehr leute fragen stellen wo auch immer wen auch immer ihr fragt hauptsache man beschäftigt sich damit man kann sie jederzeit unter meinen videos fragen stellen ich finde eigentlich internet kann anonym sein wenn man es anonym benutzt oder anonymer benutzt und auch unter youtube kann man irgend mit einem anonymen account kann man einfach mal fragen darunter stellen oder darüber reden erfahrungen austauschen weil das ist ja mein ziel ich habe damals einfach weil ich gemerkt habe dass ich auf sehr viel unverständnis und ignoranz gestoßen bin habe ich mir einfach dieses ziel gesetzt einfach ein paar videos zu machen es hat war auch so ein bisschen selbst therapie hat mir auch ein bisschen geholfen und es soll einfach helfen dass die leute sich mit dem thema auseinandersetzen und verständnisvoller werden also kannst auch du jederzeit auf mich zukommen kannst wenn du willst auch unter die videos schreiben aber natürlich auch jederzeit privat irgendwo und ich werde immer und das habe ich mir irgendwann halt ab einem gewissen punkt in meinem leben geschworen werde immer ehrlich antworten zu 100 prozent real so wie ich bin was ich denke und werde mich nicht mehr verstellen werde nicht mehr dazu werde nicht mehr versuchen dazu zu gehören oder werde nicht mehr versuchen irgendwen zu gefallen sondern wenn jemand was über die depression hören wissen will wenn jemand mal einfach eine andere meinung braucht oder was auch immer dann kann sich jeder immer jederzeit bei mir melden und wenn ich nicht sofort antworte irgendwann antworte ich denn auch ich wie gesagt habe mal tage wo ich mal ein bisschen ruhe brauche aber es wird auch tage geben wo ich dann wie gesagt frage und antwort stehe hast du denn auch schon mal leute kennengelernt die von deiner depression von der krankheit wussten und angefangen haben die mitsamthandschuhen zu behandeln oder ja vorsichtiger mit dir umgegangen sind als sie sonst mit dir umgegangen sind als sie noch nicht wusste dass du depression hat hast also so wie du die frage stellst fällt mir da eigentlich nur wie gesagt meine mutter ein die dann immer also auf eine art vorsichtiger und sensibler wurde um halt irgendwo nichts falsch zu sagen oder falsch zu machen oder mir irgendwie zu schaden oder irgendwas mein bester kumpel und meine mutter waren die einzigen die halt dort empathischer wurden was nicht heißt der rest von meiner familie war scheiße sondern einfach dass es einfach auch teile bei meiner familie gibt mit denen ich jetzt nicht tagtäglich kontakt habe und die sogenannten freunde die ich damals hatte habe ich halt alle verloren weil ich warum hast du sie verloren weil du keine lust mehr auf sie hattest oder weil sie gesagt haben an ihr mit dem kann man nichts mehr anfangen oder weil sie dir nicht gut getan haben also ich glaube grundsätzlich war es ein mix aus allen also es war eine sehr einseitige geschichte das wurde mir durch die erkrankung dann klar gewisse sachen von nöten waren oder ich irgendwie gebraucht wurde war ich immer gut genug aber von alleine war selten jemand da der sich mal von alleine gemeldet hat wie es dir geht wo man kaffee trinken wo man was zusammen machen dazu kommt dann noch dass man ich will will mich dann nicht irgendwie als engel hinstellen sicherlich bin ich immer am ende immer noch ein mensch ich mache fehler ob depressiv oder nicht depressiv jeder mensch macht fehler ich hatte eine schwierige zeit ich habe scheiß momente gehabt und musste ziemlich viel durchmachen ziemlich viel einstecken und ich habe sicherlich nicht immer perfekt reagiert aber welcher mensch reagiert auch schon perfekt habe dann nach und nach so den kompletten freundeskreis von mir verloren weil ich halt a entweder nicht der war den sie brauchten den sie der ihnen irgendwie helfen konnte und b weil ich halt nicht mehr so funktioniert habe wie vorher weil ich vielleicht öfter mal gesagt habe was ich denke oder weil ich öfter mal nein gesagt habe oder weil ich halt einfach ja, auch neben der Spur mal war. Und anstatt dann halt für mich da zu sein und mich zu ertragen, auch wenn ich mal ein bisschen doof war, hat sich halt jeder dann von mir entfernt und hat mir dann am Ende, so wie es meiner Meinung nach oft ist heutzutage, hat dann versucht, mich als schwarzen Peter hinzustellen. Ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin und ich glaube, dass ich ein sehr großes Herz habe, dass ich ein sehr guter Kumpel bin und dass ich sehr viele Vorzüge habe und das sind Sachen, die ich mit der Zeit erst wieder lernen musste. Über die Jahre haben mir das versucht, viele Leute zu nehmen, mir einzureden, dass ich ein schlechter Mann, ein schlechter Partner, ein schlechter Freund oder ein psychisches Wrack oder ein Freak oder was auch immer wäre. Und eine Zeit lang habe ich das auch geglaubt. Aber ich habe mich halt von diesen Leuten zwangsweise entfernt und mit der Zeit, als ich das Ganze dann auch verarbeitet habe, was ich halt mit den Jahren erlebt habe und durchgemacht habe, habe ich dann auch wieder mehr zu mir selber gefunden und bin halt zu dem Menschen gereift, der ich heute bin, womit ich halt den Leuten draußen nur Mut machen kann. Das ist halt immer, da bin ich fest der Überzeugung, es gibt immer einen alternativen Weg. Ich glaube, dass jeder Mensch heutzutage in seinem Leben in seinem Leben einen Weg hat, der immer wieder Abzweigung hat, aber in die Richtung, immer in eine Richtung geht. Für den einen Menschen ist das immer unterschiedlich, also ist die Geschwindigkeit unterschiedlich als für den anderen. Der eine hat halt schneller mal Erfolg, der andere mal langsamer oder mal eine Zeit lang nicht. Das ist halt auch so ein Ding, wo man selber lernen muss, das zu akzeptieren. Man muss sich nicht immer denken, jeder Mensch ist gleich, jedes Leben ist gleich, nur weil der eine jetzt eine Partnerin hat, zwei Kinder, ein Haus, ein Auto, was auch immer und du bist zwei Jahre älter, heißt das nicht, du bist zwei Jahre über ein Limit. Diese ganzen Gedanken, das, was die Gesellschaft heutzutage den Leuten ja eintrimmt, die muss man loswerden. Jeder, jeder geht seinen eigenen Weg und wenn du mit 40 noch nicht verheiratet bist oder was weiß ich, dann ist das halt so und diese ganzen Sachen musste ich mit der Zeit erst verstehen und da waren halt die Leute damals vom Freundeskreis, den ich hatte, waren halt selber nicht in der Lage, so zu denken oder mir dabei zu helfen und mittlerweile bin ich auch so, dass ich da eiskalt unterscheide und mich versuche von irgendwelchen Leuten fernzuhalten, die mir halt nicht gut tun, wenn ich merke, da ist jemand, der ist halt aus meiner Sicht unreif oder egoistisch, dann entferne ich mich von dem und möchte auch mit dem nichts zu tun haben und wenn er mir komplett auf die Nerven geht, dann ja streiche ich ihn auch komplett aus meinem Leben. Aber das ist halt so eine Art Selbstschutz, den man dort entwickelt hat, der natürlich auch eine gewisse Gefahr birgt, dass man man wird nun mal nicht mit jedem auf Anhieb Bestfriend, aber die zur Verteidigung, die Wahrscheinlichkeit, dass man heute an irgendwelche egoistischen, dummen Leute kommt und trifft, die ist halt exponentiell einfach größer und dementsprechend schütze ich mich so. Wie sieht das denn aus? Also ich kenne dich ja ein kleines bisschen und weiß ja, dass du im Moment Single bist. Wie sieht das denn aus? Ich möchte nicht sagen, wenn du auf Partnersuche gehst, aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernst, wo du dir was vorstellen könntest und so weiter und so fort, würdest du denn gleich mit der Sprache rausrücken? Hey, pass auf, es gibt das und das oder wie stellst du das an? Oder wenn du jemanden neuen überhaupt so, muss ja nicht direkt Partnerin sein, aber so freundschaftsmäßig, kumpelmäßig rückst du gleich mit der Sprache raus, dass er vorgewarnt ist oder lässt du es einfach drauf ankommen, bis die Situation kommt und erklärst ihn dann, wieso, weshalb. Ich könnte mir das ehrlich gesagt schwierig vorstellen, wenn ich die Krankheit hätte und jemanden neuen kennenlerne, egal in welcher Hinsicht, zu demjenigen hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe das und das, ich weiß ja nicht, Haupt, oder es wirkt ja auf manche erschreckend, oh mein Gott, ich habe jetzt jemanden mit Depressionen kennengelernt, also für mich, ja mein Gott, er hat dieses Krankheitsbild, trotzdem ist er ein Mensch, den ich gerne kennenlernen möchte, er hat eine andere Lebensgeschichte und das interessiert mich. Also wenn du solche Leute findest oder wenn du weißt, welche Leute so reagieren, dann sag mir bitte, dass ich die Leute kennenlernen kann. Tatsächlich ist diese Partnersuche ein schwieriges Thema und oft auch mit einer der Gründe, wieso die Zweifel anfangen oder wieso Leute down sind oder dies oder das. Einer der Auslöser damals bei mir war auch eine Geschichte, die mit einer Ex-Partnerin passiert ist oder eine Trennung, eine sehr hässliche. und Leute zu finden, heutzutage neue Bekanntschaften zu machen, sei es um Freunde zu finden oder halt, um halt auch eine Beziehung zu finden, eine Partnerin, eine, also aus meiner Sicht eine Partnerin, ist so verdammt schwer, weil die ganze Welt und die ganze Gesellschaft so unfassbar oberflächlich ist, dieses Tindern, dieses ganze Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, dass das abgeschafft gehört, aber es verdeutlicht doch nur, dass es nur um den ersten Eindruck geht und dann muss keiner mir kommen, der erste Eindruck ist wichtig und das Auge ist mit und so weiter, weiß ich alles, verstehe ich alles, aber es sollte nicht sein, dass nur das zählt und es sollte nicht sein, dass man an jede neue Bekanntschaft mit einem Fragebogen rangeht und wenn nicht alle Häkchen richtig gesetzt sind am Ende, dass man den wieder dann komplett ignoriert und aus dem Leben streicht. Wie du selbst sagst, deswegen sage ich, wenn du solche Leute kennst, sag mir gerne, wo ich die finde, es gibt zu wenige, die sagen, ja, der ist oder sie ist depressiv, aber sie ist ein echt toller Mensch, sie würde ich echt gerne kennenlernen und hören, wie du jetzt, sag ich jetzt mal, wie kam es dazu? Solche Leute gibt es viel zu wenig. Wenn es die Leute geben würde, würde es den depressiven und erkrankten Menschen teilweise, würde es vielen bestimmt viel besser gehen, weil das ist ja genau das, was fehlt. Es ist die Angst, öffne ich mich jetzt demjenigen, wie vermittle ich ihm das und reiche ich ihm überhaupt aus, weil die, ganz ehrlich, heutzutage, ich habe, ich bin auch nur mit einem Mann in seinen besten Jahren, der Single ist und auch gerne eine Partnerin hätte und irgendwo gerne ankommen würde, um seine Ruhe zu haben. Ich habe über Portale die komischsten Situationen erlebt, wo ich gleich für uninteressant abgestempelt wurde, weil ich kein Auto hatte. Es ist ja nun mal oft so, wer an Depressionen leidet, ist sehr oft nicht arbeitsfähig, beziehungsweise gerade nicht in der Lage, einer arbeitenden Tätigkeit hinterher zu kommen. Und dementsprechend sind die finanziellen Verhältnisse oft eingeschränkt. Und eins der ersten Themen, mit denen irgendwo heutzutage, jedenfalls in meinem Alter, 85er Baujahr, immer das Erste, was so kommt, ist halt auch, was machst du beruflich? Und die meisten Leute schalten ja schon ab, wenn du sagst ja, du bist momentan arbeitssuchend. Ich glaube, selbst wenn du gerade nicht mal arbeitssuchend bist, sondern einfach wegen Depression krankgeschrieben, ich glaube, die meisten sagen dann auch einfach zum eigenen Schutz, ich bin arbeitssuchend. Weil ich weiß nicht, wie die Leute reagieren, wenn du sagst, also es ist ja nun mal so, die Leute würden total komisch reagieren, wenn du gleich sagst, ja, ich habe momentan keine Arbeit, ich bin krankgeschrieben, ich leide seit so und so vielen Jahren unter Depressionen. Dadurch, dass das ja so ein Tabuthema ist und dadurch, dass die Leute sich damit nicht auseinandersetzen und dadurch, dass die Leute das nicht verstehen wollen, ist das ja oft ein Ding, wo die dann gleich auf Abstand gehen, auf Sicherheitsabstand. Und das machst du als erkrankte Person zwei, dreimal mit und dann gibst du auf. Dann hast du einfach keine Kraft und kein, dann hast du einfach Angst davor, neue Leute kennenzulernen. Weil du jedes Mal in diese Schublade gesteckt wirst. Weil du jedes Mal gegen eine Wand rennst. Und dann gibst du einfach irgendwann die Hoffnung auf. Und das ist das an die Erkrankten, was ich nur rausgeben kann als Botschaft, gebt nicht auf. Lass die Hoffnung einfach wirklich nie sterben. Wieder dieses Thema, das Ganze vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ja, wie viele Menschen gibt es auf dem Planet Erde. Zig Milliarden Menschen und es gibt nun mal sehr viel schlechte Menschen. Aber es gibt halt auch gute Menschen. Es gibt auch Leute, mit denen man reden kann, die halt nicht so schlecht reagieren. Und selbst wenn es irgendwann nicht die große Liebe wird, kann man trotzdem nette Gespräche finden oder eventuell Freunde, mit denen man dann reden kann. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen und nicht die Angst verlieren. Auch wenn man dort negative Erfahrungen macht. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen größtenteils jetzt, was das Thema mit Single und so weiter angeht, deine Fragen beantwortet. Kannst natürlich immer weiter fragen. Also wie gesagt, auch irgendwelche Fragen, die sich jetzt zwischendurch bilden oder irgendwelche Sachen, hau immer raus. Mir geht es gut. Ich habe kein Problem damit, darüber zu reden. Bis jetzt also größtenteils auch einfach, auch einfach nett, das Ganze auch mal los werden zu lassen. Also los werden zu können, so. Ja, also Fragen währenddessen sind jetzt nicht gerade aufgekommen, aber extrem viel zum Nachdenken. Wieso ist die Gesellschaft so? Wieso? Also ich gehe auf fast jedem Menschen offen zu. Nicht auf alle, aber auf fast jeden Menschen, den ich kennenlerne und versuche, ihn kennenzulernen. Versuche zu verstehen, wieso er vielleicht auf Sachen so und so reagiert. Und ich hoffe, ich habe dir nie irgendwie ein Gefühl gegeben, dass ich irgendwie, ja keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, der Gesellschaft irgendwie angehöre oder so und dich abstempele oder so, weil das tue ich auf keinem. Ich finde dich einen super netten, super interessanten Menschen und ich möchte dich auch gerne weiter kennenlernen und auch definitiv weiter über Depressionen mich informieren und mehr darüber erfahren, weil es gibt ja heutzutage sehr, sehr viele Menschen, die das haben, die es aber nicht aussprechen können, weil sie Angst vor den Reaktionen haben. Ich finde das traurig, dass Menschen sofort abgestempelt werden. Ah, der hat Depressionen, mit denen kann man nichts anfangen, der ist ja ständig traurig und so. Und ich muss sagen, ich kenne dich ja jetzt schon ein kleines bisschen und ich habe dich nie traurig erlebt. Ich habe immer lustige Situationen mit dir gehabt, wo wir beide gut und herzhaft lachen konnten. Ich finde es traurig, dass Menschen mit Depressionen, ich möchte nicht ihr sagen, aber ihr sozusagen als Gruppe, ich will es nicht falsch ausdrücken, so abgestempelt werdet und irgendwie auch aus der Gesellschaft ausgeschlossen werdet, weil ihr seid ein Teil unserer Gesellschaft. Du bist genauso ein Mensch wie ich. Du lebst, du gehst einkaufen, du zahlst deine Rechnung, du zahlst deine Miete, du sitzt genau wie ich vorm PC und spielst deine Spiele, guckst Serien oder irgendwas anderes. Ihr macht eigentlich nichts anderes als, ja, normale Menschen möchte ich auch nicht sagen, weil das ist auch ein falsches Wort. Du machst nichts anderes wie ich. Bloß, dass du eben ab und zu, ähm, also ich weiß nicht, ob es bei dir ist, aber ab und zu mal ein kleines Down hast. Sag ich das richtig? Ja, also wie gesagt, äh, es gibt Zeiten, wo auch ich einen Tiefpunkt ab, wo, ähm, ich mein Sohn vermisse, wo ich Problemchen wieder habe, wo ich mich wieder irgendwelchen Papierkram, ne, mit den Ämtern, dies oder das auseinandersetzen muss, wo wieder irgendwelche Rechnungen eintrudeln, die man eigentlich lieber nicht hätte, äh, solche Geschichten. Es gibt immer wieder Momente, wo ich einen Down habe, wo ich einen Tiefpunkt habe, aber genau das ist ja die Botschaft und das ist ja auch das Gute, wie du sagst. Jeder Mensch mit einer psychischen Erkrankung oder jeder Mensch mit einer Erkrankung ist immer noch ein Mensch. Er ist nur zeitweise oder dauerhaft anders, als er es vorher war und oder anders, als man es gewohnt ist. Und, ähm, das ist ja das perfekte Beispiel, was man ja immer nimmt oder was immer genommen wird. Einen Menschen mit einem Beinbruch siehst du an, das, was ihm schlecht tut und, und, und du bemitleidest ihn und hast, äh, hast Mitleid, sag ich jetzt mal, ne, ähm, hast so ein bisschen, ähm, Trauer und Verständnis und alles. Aber die Menschen mit psychischen Erkrankungen, wo einfach, es gibt einen wirklich fucking Grund, dass die Leute nicht mehr so ticken wie vorher. Und das ist jetzt keine Krafteinwirkung auf irgendeinen Knochen, bis er bricht, sondern oft ist es entweder eine heftige Einwirkung auf den Geist, auf den Charakter oder halt eine dauerhafte Belastung. Ich weiß nicht, ob das von dem, äh, Johnny Depp war oder so, aber da gab's auch so ein, so ein cooles Bild mal. Ähm, ähm, people cry not because they're weak, it's because they've been strong for too long. Also, ähm, Menschen weinen nicht oder sind traurig nicht, weil sie irgendwie schwach sind, sondern weil sie viel zu lange stark waren und einfach nicht mehr können. Und das ist es halt, ähm, was passiert, wenn du, äh, zum Beispiel an Depressionen erleidest. Und nicht für jemanden da sein. Und, ähm, wieso soll man mit demjenigen nicht trotzdem schöne Zeit haben können, wenn man mit ihm geredet hat, wenn man sich mit ihm hingesetzt hat und mit ihm diesen Tiefpunkt durch erlebt hat und, und, und überwunden hat. Und dann kann man wieder, kann man auch sehr schöne und auch andere Momente, andere Erfahrungen mit ihm sammeln, als mit jemandem, der vielleicht nicht erkrankt ist. So ist jeder Mensch speziell und, und einzigartig für sich selber. Und das müssen die Leute verstehen. Aber das ist das mit diesem ganzen oberflächlichen Mist, dass die Leute heutzutage immer nur die Models suchen und, und die mit dem meisten Geld und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Ähm, und sofern du diese Kriterien nicht erfüllst, wirst du gleich wieder in eine Schublade gesteckt oder auf den Müll geworfen. Und das, das muss sich halt ändern. Das ist, ich meine, ganz ehrlich, ihr Frauen werdet regelmäßig enttäuscht durch irgendwelche doofen Kerle. Auch Männer werden regelmäßig enttäuscht durch irgendwelche doofen Frauen. Aber oft ist es doch so, dass man sich diese, dass man sich, ja, den Braten selbst macht, zubereitet, dass man selbst sich in diese Situation bringt. Und man würde vielleicht, der ein oder andere, sollte das irgendwer halt hören, würde sich vielleicht extremst wundern, was für eine coole Zeit der mit jemanden haben können, der, der anders ist. Und da sollte man sich wirklich mal drüber Gedanken machen. Denn solche Leute auszusortieren, ähm, beschränkt nur den eigenen Horizont. Und somit beschränkt es nur das eigene Leben. Und somit schadet man sich eigentlich nur selbst. Also ich muss sagen, wir spielen ja jetzt fast, ähm, ein halbes Jahr fast tagtäglich zusammen. Und wenn du denn mal nicht mit mir spielen kannst, aus diversen Gründen. Ich bin ehrlich gesagt traurig darüber, weil es macht Spaß mit dir zu spielen. Es macht Spaß, äh, über normale Dinge zu reden. Und ich, ich finde überhaupt jetzt nichts Schlimmes da dran. Also ich, ich habe Spaß mit dir. Und ich kann halt auch, äh, nochmal so einwerfen, durch meine Videos und auch durch irgendwelche Beiträge auf meiner Facebook-Seite oder in irgendwelchen Gruppen auf Facebook, die halt mit Depressionen und so weiter sich beschäftigen, habe ich auch schon Leute erreicht. Und habe ich auch schon Leute erreicht, die mir dann gesagt haben, vor tolle Videos, ich fühle mich dort angesprochen, abgeholt, dass es ihnen auch so geht. Und das würde ich mir weiterhin wünschen, dass ich dort Leute erwische, die in ähnlichen Situationen sind, aber merken, dass sie A, nicht alleine sind. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich habe mich eine Zeit lang auch mega alleine gefühlt, weil halt keiner da war, der mich verstehen wollte oder der mich verstehen konnte. Und die erkrankten Personen, die an Depressionen leiden, sind nicht alleine. Dafür, dafür ist dieses Krankheitsbild und dafür ist dieses Thema Depression zu groß. Dafür gibt es viel zu viele Menschen. Und was ich zudem so ein bisschen ausgrenzend nochmal loswerden wollte, wir sind Gamer. Und ich glaube, wir wurden generationweise schon jahrzehntelang ausgegrenzt und komisch angeguckt. Mittlerweile geht es in die Richtung, dass durch E-Sport oder durch irgendwelche anderen Geschichten der Bereich Gaming und Videospiele ein höheren Ansehen hat. Aber ich finde, es ist schon überfällig, dass auch das Thema Depression kein, ähm, wie soll ich sagen? Tabuthema mehr ist? Ja, Tabuthema auf alle Fälle, aber auch kein Kriterium mehr dafür ist, ob jemand ein guter oder schlechter Mensch ist. So wenig, genauso wenig, wie es das Zocken ist. Wenn einer Videospiele zockt oder Handyspiele zockt oder was auch immer. Ich wurde, ich wurde schon doof angeguckt, weil ich regelmäßig mein Handy benutze. Mein Gott, wenn ich ein Mensch bin, der mehr sein Handy benutzt als du, dann akzeptiere es. Dann verurteile mich nicht und denke nicht, ich wäre ein schlechter Mensch. Ich habe Momente erlebt, wirklich. Ich habe E-Mail-Kram, Papierkram übers Handy gemacht und wurde dann, äh, äh, in meiner Freizeit von, äh, Menschen aus meiner ehemaligen Arbeitsstelle angesprochen, Mensch, bist ja auch nur vom Handy, wo ich eigentlich sagen wollte, Alter, ne, Punkt, 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 Punkt. Es gibt einfach, weder Depression, noch Handys, noch Videospiele sind ein Grund, nichts ist ein Grund, dass jemand irgendwo ein, ein, ein schlechter Mensch ist und das ist, muss in den Köpfen dieser Menschen rein. Das wurde jahrelang in die Köpfe der Menschen reingetrimmt durch, durch Medien und sonst irgendwo was, dass wenn einer anders ist, dann ist der schlecht. Nein, ist er nicht, verdammt nochmal. Wenn jemand anders ist, dann kann man von ihm lernen, dann können beide Seiten voneinander lernen und können voneinander profitieren und nichts anderes. Und wenn jemand eine Krankheit hat, dann kann man für ihn da sein. Und da lernt man dann selber draus. Man muss nicht erst warten, bis man selber depressiv wird. Das definitiv nicht. Es gibt so viele tolle Menschen, die ich kennengelernt habe, die an Depressionen leiden, die sich leider zurückziehen und auch ihre Ruhe brauchen und die Zeit gibt man ihnen. Aber das sind alles wunderbare Menschen. Ob Männer, ob Frauen, scheißegal. Da gibt es so tolle, lustige, sicherlich unsichere und nicht auch Menschen, Lebewesen, die halt so ihre Problemchen haben. Aber wenn man sich die Zeit nehmen würde und sich mit denen auseinandersetzen würde, würde man sehen, was für tolle Menschen, tolle Charakter das sind. Was für einen Spaß man mit denen haben kann und wie auch loyal und herzensgut diese Menschen sein können. Denkt mal wieder an diese Werte, die schon längst verloren gegangen sind. Die Werte, die ihr immer sucht und die, weißt du, die Menschen suchen immer Menschen mit irgendwelchen Eigenschaften und holen sich dann die letzten Typen oder die letzten Frauen nach Hause. Weißt du, wird ja immer so jemand, der Gefühle zeigen kann, jemand, der treu ist, ehrlich, loyal und so eine Kacke immer. Und am Ende suchen sie sich die letzten Idioten. Und die Leute, die wirklich ein Herz haben, die wirklich gekämpft haben über Jahre, bis sie nicht mehr können, die werden dann in eine Schublade geschmissen und in den Schrank geworfen und nicht mehr angeguckt. Und das ist eins der traurigsten Sachen heutzutage. Aber, und das möchte ich einfach nutzen, genau das ist ja der Punkt, wieso es eigentlich einfach ist, besser zu sein. Und wieso es sich auch lohnt, anders zu sein. Weil viele Leute es falsch machen, weil viele Leute einfach scheiße sind. Und dadurch lohnt es sich, den Weg zu gehen. Dadurch lohnt es sich, weiterzumachen. Dadurch lohnt sich, sich mit vielleicht auch erkranken, depressiven Menschen oder halt so wie dir, Sharon, mit aufgeschlossenen Menschen zu unterhalten und den Kontakt zu suchen. Es gibt sie. Leider viel zu selten, aber ja. Also mein Fragenkatalog ist somit erstmal abgearbeitet. Aber was ich gerne Menschen, die jetzt nicht an der Erkrankung leiden und sowas für komisch erachten. Seht es nicht für komisch an. Es ist toll, Menschen kennenzulernen, die anders sind als man selber. Man erfährt tolle Geschichten und manchmal auch traurige Geschichten. Aber aus diesen Geschichten kann man auch lernen oder Schlüsse für sich ziehen oder selber nachdenken. Und ja, also ich fand dieses Gespräch hier super toll und definitiv werde ich noch mit Fragen auf dich zukommen und die Löcher in den Bau fragen. Wieso, weshalb und warum. Aber geht doch offener auf den Menschen zu. Es tut keinem weh. Fragt. Und wenn sie nicht antworten wollen, ja, dann akzeptiert es. Aber wenn sie antworten, dann hört ihnen doch auch bitte zu und tut nicht nur so. Es tut keinem weh, mal ein bisschen Zeit jemandem zu schenken, der, ich möchte nicht anders sagen, aber im Endeffekt ist es ja so. Anders ist, es ist mehr informativ und interessant als jemanden, ja, wenn ich es gesellschaftlich ausdrücke, aus der Norm kennenzulernen. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Es hat mich echt viel zum Nachdenken gebracht. Ich denke jetzt schon über einige Situationen nach, wie ich das vielleicht gehandhabt habe. Hätte ich diese, ähm, oder hätte ich die Diagnose gekriegt, dass ich unter Depressionen leide? Wie hätte meine Familie reagiert? Äh, wie würden Freunde reagieren? Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, wenn ich, wenn ich mit einer Frage an mich selber abschließen dürfte, würde ich mich selber fragen, was würdest du dir in Zukunft wünschen, was es dir einfacher macht? Und ich würde antworten, erst mal, um nochmal darauf, äh, nochmal darauf zu kommen, was du gesagt hast, super toll, was du gesagt hast gerade. Ähm, aber was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass die Leute verständnisvoller und empathischer werden und ein bisschen mehr nachdenken. Das würde es auch einfach mir auch einfacher machen. Ähm, wir hatten vorhin das Thema, ähm, Partnersuche und, und nennen wir es einfach, ähm, nicht nur Beziehung, sondern halt auch Partnerschaft und, und Bindung zu finden, in Form von Freunde oder Partnerin. Wundert euch nicht, wenn da jemand ist, der, wie ich, denke ich mal, auch ziemlich negativ eingestellt ist. Und der euch nicht mit den Urlaubsbildern aus der Türkei von den Kanarien aus den letzten Jahren beeindrucken kann oder der euch nicht irgendwelche mega tollen Storys erzählen kann, sondern jemand, der einfach durch die Hölle gegangen ist, die Jahre, der einfach die Leute, wie mein, mein bester Kumpel Wissens, ähm, die wirklich von, von Arschtritt zu Arschtritt, zu Tritt in die Nüsse und zurück, da ist nun mal nicht viel, was sie erzählen können an Positiven. Und das bedeutet nicht, dass man ein grundsätzlich negativ eingestellter Mensch ist. Das bedeutet lediglich, dass man, und das ist keine verdammte Lüge die letzten zehn Jahre einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das ist sicherlich Geröll, Nebel, was auch immer wir es nennen wollen, wo man sich ein bisschen durchkämpfen muss. Aber es lohnt sich. Denn, was ich jedem nur draußen empfehlen kann, ist, Leute, um sich zu scharen, die wissen, wie es ist, am Boden zu sein. Und ich meine nicht, das Handy hat einen Riss oder so was, sondern am Boden. Und die Leute wissen, worauf es ankommt. Die Leute haben, wurden geerdet auf harte Art und Weise. Und ich kann nur für mich sprechen. Ich bin immer für meine Freunde, für meine Familie da. Ich gebe viel auf Respekt, auf Ehrlichkeit und auf Loyalität. Und das Ganze hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, wie gesagt. Aber wenn die Leute nicht aufhören, bei jedem kleinen bisschen die Leute wieder Menschen wie mich zu verurteilen oder in eine Schublade zu stecken, dann macht ihr uns das nicht einfacher. Sicherlich, wie gesagt, ich bin nicht perfekt. Ich habe dazu zu lernen. Ich kann mich immer noch verbessern und ich kann immer noch dazu lernen. Das wird jeder Mensch können, bis er irgendwann andere Wege geht. Aber nichtsdestotrotz muss man es seinem Gegenüber nicht irgendwo noch unnötig schwer machen. Das würde ich mir wünschen. Also, falls ihr dieses Video seht, hoffe ich, dass das ein oder andere euch vielleicht bekannt vorkam, dass das ein oder andere euch vielleicht zum Nachdenken gebracht hat und dass ihr vielleicht auch ein paar Antworten gehört habt, die ihr vielleicht so nicht bekommen würdet oder bekommen könntet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut es einfach in die Kommentare. Wenn ihr über irgendwas reden wollt, macht es. Wenn ihr das privat oder anonym machen wollt, schreibt mir auch auf Facebook, auf meiner Steve Austin LP Seite. Da kriegt es ja keiner mit. Da kann ich euch immer noch antworten. Ich freue mich, wenn ich Leuten helfen kann, weil ich einfach weiß, wie es ist. Ich habe davon nichts. Ich habe auch in meinen ganzen Videos, was die Depression angeht, früher als das noch ging mit der Monetarisierung, habe ich immer gesagt, ich mache da keine Monetarisierung. Ich will ein bisschen zum Nachdenken anregen und ich hoffe, ich habe es damit getan. Also, bleibt empathisch, versucht ein bisschen mehr darüber nachzudenken, versucht ein bisschen mehr, die Leute nicht gleich zu verurteilen und wer weiß, vielleicht bereichert es euch ja und bereichert euer eigenes Leben. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat. Wenn ja, teilt gerne meinen Content, liked ihn und schaut euch gerne die anderen Videos hier bei mir auf dem Kanal an. Habt ihr Fragen oder irgendwelche Ideen, dann immer rein in die Kommentare damit. Jede Form der Unterstützung hilft mir. Also bis zum nächsten Mal.